Musik Adina, locker. Schönes Ding. Kannst du doch nochmal spielen, Majella. Jawohl, jetzt sind wir vorne. 8-7. Die ist verkehrt rum, nicht wundern. Die ist verkehrt rum, nicht wundern. Die ist verkehrt rum, nicht wundern. Hinten bleiben. Oh, zu tolle. Aber Leute, hier richtig, dass du hingehst. War richtig. Passt auf kurz, der ist weit. Einen haben wir vor. Sackfass. Gut. Leute, die spielt? Wohl. Ja, mit Gefühl. Flach. Passiert weiter, weiter, weiter. Alles gut. Schön locker. 9-9, ja? Alles richtig. Ja, und jetzt kommt Satzball. Satzball, Leute. weiter. So, hier rum. Ohne ein bisschen mitrutschen. Lotti ins Feld rein. Achtung. Hast du den Kopf? Nein, war drunter. War drunter. Ah, war der erste Satz. Gut. Cool. Sechs, vier. Weiter geht's. Jawohl. Klasse. Was am kurzen auf, der ist weit. Bär. Schönes Ding. Ich denke, ihr war klasse, ihr seid beide da. Super. Rumdrehen. Und weiter geht's. Sagt was? Gut. Wer spielt? Für wen? Sagt was? Gut. Wer? Au. Bleib mal ein bisschen zurück noch, Leute. Oh. Du hast zwei Haume, Mariela. Ah. Decke. Kann nicht wundern. Leona, rum. Noch weiter zu mir. Weiter zu mir. Zu mir, zu mir, zu mir. Komm zu mir, Leona. Komm zu mir. Luft. So. Ah, schade. Klinge. 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 Weiter hinter noch, Emma. Dann hast du ihn. Also du, lass er eigentlich. Sag du, du bist nur ein Tick zu nah dran. Jawohl. Schöne Länge. Ja, bis. Noah. Ja. Ja, bis. Ja, bis. Gut, klasse Annahme. Jetzt schön hochziehen und hinterbei bleiben. Ja! Und wenn du springst, wird es noch gefährlicher. Der hat die richtige Höhe gehabt zum Springen. Luft, nur ein bisschen. Ja, du bist zu weit vorne, Emma. Nicht so weit ran. Schön, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Oh, die Seite ist gut. Locker zurückbleiben, einer zum Heben. Wer hebt? Mit Gefühl, mit Gefühl. Ja, und schnell, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Zeit lassen. Uah! Jawoll! Ja, ist er doch. Da war er, Decke. Ja! Huh! Hat gereicht. In den Ball. So, alle aufpassen. Bitte, lau. Ja, brauchst du nicht. Kannst du durchlassen. Immer noch alles gut. Ja, alles normal. Es geht jetzt, du musst da warten, bis die Minute rum ist. Alles gut, bei der Anzeigetafel. Warten, 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 die Anzeigetafel, die ist gleich rum, die Minute. Jawoll! Ja, Decke. Ja, Decke. Ja. So, 8. Acht, neun. Ja. Ja, rüber, rüber, vor der Decke. So, jetzt können Sie, acht, neun. Dresden hat neun. Nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Gut, hinten spielt. Schnell, laufe. Jawoll, klasse, Meierler. Ja, 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 der wird gefährlich. Hey. Hey, Jungs, Jungs, da steht neun, neun. Ja, da müssen Sie mal drücken auf neun, neun. Noch rüber, 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 noch weiter, noch weiter. Decke, und Satzmal, kommt. Den holen wir uns. Bitz, Mariela. Das meint ihr, auf die müsst ihr aufpassen. Schön locker, Ausgleich. Einheben, locker. Gut, hinten spielt. Ja. Leute, ich mach noch einen. Richtung Seitenlinie. Ne, zehn, naja, elf, weiter. Zwei Unterschied. Alles gut. Locker, weiter. Jawoll. Hey, Ausgleich. Klasse, Lottie. Oh, elf, elf. Nicht locker lassen. So, jetzt passt noch kurz noch. Könntest du ein kleines Stück reinrücken? Ihr müsst nicht an der Linie kleben. Komm noch. Mariela vor allem kann reingehen. Jetzt kann Lottie reingehen. Locker, hab Zeit. Gut. Die nicht spielt. Ja. Jawoll. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Kannst von oben. Ja, berührt. Los, ein noch. Kommt. Platzball. Kurze passen. Naura, Arm hoch. Ja, Adina. Oh, er dreht weit in dich rein. Richtig, Mariela. Klasse. Wuhuuu. Wuhu. Drauf. Hat Zeit. Gut. Oh, ein bisschen vordrücken. Ja, läuft. Wenn du schnell genug bist, kannst du. Oder so, ja. Ist richtig, den sicher zu spielen. Roller warten. Denken! Nehmen wir mit. Jetzt haben wir zwei vor. Und nicht locker lassen. Äh, schiebt doch mal einer den Ball rüber. Oh, zwei haben wir. Nicht locker lassen. Mach mal einen dritten drauf. Kannst du reingehen, falls du einen kurzen spielst? Geh du rein. Lotti kann nicht. Genau. Du kannst reingehen ins Feld. Bei dir spielst du nicht in hier. Lotti, ran. Ja. Alles gut, wir sind nach vorne ein. Noch einmal Zeit lassen und Seitenlinie suchen. Gut, da hinten können sie rummummeln. Schnell, pass am kurzen auf. Wer? Bisschen. Gut, hinten mit Gefühl nach vorne. Mit Gefühl. Gut. Weiter, 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 weiter. Passt am kurzen auf, die ist weit. Sehr gut. Voll. Äh. Haben Sie ihn gesehen? Weiter, 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 weiter. Erster. Ja, der war voll. Leine gewesen. Der war Leine gewesen. Ja, die wackelt immer noch. Und zwei haben wir, komm. Kurz und passend. Ihr beide rein. Vorderleute rein. Bisschen. Gut. Ja, und Hinterbein und Locker schieben. Jawohl, schön Diene. Luft. Oder? Gut. Bisschen. Ja. Alles gut, wir sind vorne, komm. So, vorgehen, Luft holen, erst einmal überlegen. Genau, überleg dir, was du machen willst. Jawohl, schöne Rolle drin. Na, rumrücken auf Laura. Wer? Sascha. Redet. Alles gut, 9, 9. Locker weiter. Bitte, Laura. Laura. Ey, Emma. Lass Laura den ersten spielen, die ist da gut dran. Und dann kriegen wir die beiden gut mit dir vorgespielt. Hau weiter, komm. Emma, nix, machen wir es in der Verlängerung. Haben wir im ersten Satz auch gemacht. Wollen wir auch 10, 9 hinten. Ja, sah. Klasse, Emma. Bitte bleiben. Gut, Diene spielt. Oh. 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 Ach, das drehen wir noch. Ja, der ist gut. Komm! Ab, weiter, komm! Noch ist die Schluss. Zehn, fünf, weiter geht's. Gut, weiter, Laura, ein bisschen weiter in die Ecke, aus, jawohl, nehmen wir mit und jetzt die letzten beiden noch, komm! Saura! Ah, ein Schritt vor noch! Neun, sechs, nicht neun, vier. Ja, ja, alles gut, alles gut, bis die 14 Sekunden da rum sind. Ja, gut, danke aber, Leute, kommt gleich! Armo, ran, 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 ran! Ja, bis hier! Ah, Scheiße! Oh, sieben, neun, locker weiter! Da da! Habt's mir hier vor! Pfeifen! Ja, zwei, drei mal Satz. Ja, mach in Ruhe immer. Gut, kurz fassen mit. Luft! Alles gut. Schön, überlegen. War 10,8, ne? 10,8 muss sein. 10,8 müssen sie stellen. Ja, ich werfe sie in der Linie. Yesa, da ist er doch! Kurze Pause, der ist weit, kurz. Oh, 7,7. So, jetzt die Zweiten. 8,7 steht's, komm. Der kann springen lassen. Sauber, jetzt schön, mit Gefühl, ran die Leine anschieben. Ja, der geht! Yesa, das war der Zweite! 9,6. Achtung! Einmal Versuche! Gut, wer hebt? Schön, mit Vorschieben. Oh, hinten! Jawoll, sauber, Mädels! Yesa, jetzt haben wir drei hier vor! Und gleich den ersten, kommt! Ein bisschen auf Laura wieder rumrutschen, jawoll! Mal wieder keinen Schritt reingehen, falls er kurz kommt, in die Mitte! Jaaa, aus, ne? War er drinne? Ich seh's! Von hier sah er sehr knapp aus! Jaaa, ich guck's! War er drinne? Jaaa, aus, ne? Jaaa, dann, wie? Gut, da war er drinne! Von hier hab ich gesehen, der war sehr knapp! Oh, passt auf den Kurzen! Auf der ist weit! Geht rein! Rein! Wuuuuh! Wuuuuh!